Guten Morgen! Moin! Auf geht's! Gehen ungespurt heute! Ich hasse Winter! Große Wachsprobleme treten hier auf all die Weile! Neue Musik Coat! Töne Tüts! Quatsch! Also was wir vorhin das Jahr zu wenig an Schnee hatten, das hat man das schon zu viel gehabt. Wir sind hier beim Chor Stülpner Gedenkstein, der gelebt hat von 1762 bis 1848. Und der Robin hat das Erzgebirge. Also 50 cm gestern gut. Gut, gut, gut. Und wo es geweht hat, noch viel mehr. So, das ist der Winter. So, das ist der Winter. Das ist frische Wetter für die Winterkinder wie ihr. So, das ist der Winterkinder. Wunderschön. Ja. Ja, noch 20 Kilometer, dann haben wir es geschafft. Ja, wir haben es wieder mal geschafft. Na, wir sind stolz auf uns. Wollen Sie mal behaupten wollen? Ging heute ganz schön gut. Ja, wir haben fast den Kampf gegen Dunkelheit gewonnen. Fast. Die letzten fünf Kilometer war ich abgebogen. Aber ansonsten war es wieder eindrucksvoll, anstrengend, aber trotzdem schön. Machen wir ja. Machen wir. Ja. Ja, wir haben wir warmes. Ja. 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 Sehr geehrterin.